Yo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute sind wir immer mit dem MTB-Bike unterwegs, ziehen ein paar Wheelies, erkunden neue Gegend und ich würde sagen, here we go. Wie gesagt, wieder perfekte Bedingungen um zu biken. Kappa. Versuchen wir hier one, one, oh, 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 oh. Nice, let's go. Ich habe auf jeden Fall das letzte Video, also ich weiß nicht, ob das letzte Video war, auf jeden Fall, wo ich auch halt rumgefahren bin, das ist ziemlich gut angekommen und da dachte ich mir, ich mache noch eins. Schreibt mal auf in die Kommentare, was ich für Videos machen soll. Oh Gott, da kommt ein Auto, oh Gott, oh Gott. Kurz erstmal guten Tag gesagt. So Leute, wir versuchen jetzt mal hier Wheelie hoch. Es sieht zwar nicht so steuer auf der GoPro aus, aber es ist, here we go Leute. Oh mein Gott. Tschüss, hallo, hallo, tschüss, tschüss, tschüss. Oh mein Gott. Angst, Angst Leute. Guter Start schonmal. Alter, das war nicht mehr normal. Ich bin hier in die Kugel gekommen. Alter, weiter geht's. Auf der Tour. Wir schaffen das. Let's go. Es ist ja echt hier schon tief Schnee, Leute. Gönnt euch das, egal. Okay Leute, here we go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Alter, das war ja mal zu krass. Da ist die GoPro auch mal kurz abgeflogen. Alter, ich glaube, das sieht man gar nicht, wie steil das ist. Da runter sind wir gerade gefahren. Sieht gar nicht auf GoPro wahrscheinlich so steil aus. Wie es auf der Cam ist. Aber ihr seht hier schon, es ist hier echt ein Wunder, Wunder, Wunder Winterland. Muss mal was sagen, Leute. Oh mein Gott, dieser Hund wieder. Alter, Tisch. Bro, beruhig dich. Bro, chill, 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 chill. Guck, er hat... Okay, Leute, hol die hier runter. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go. Alter. Holy, holy, holy. Wow. Nice. Die kommen aus der Straße runter. Gewillt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Dorf. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach auf der Straße am Wurdy. Let's go, Leute. Mal gucken, wie lange. Alter, Leute, das wird so anstrengend. Meine Finger frieren einfach ab. Ich glaube, das ist mein Wheelie-Rekord. Ich glaube, ich glaube, das lange habe ich noch nie gemacht. Mal gucken, wie weit wir das schaffen. Ich hatte eigentlich was anderes vor, aber jetzt versuchen wir mal den nächsten Wurdy, den ich schaffe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Ich kann nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung. Ey, ich habe einfach noch nie so lange einen Wheelie gezogen. Ey, Leute, wenn das mal nicht nice war, weiß ich auch nicht, Leute. Ich glaube, so einen langen Wheelie habe ich noch lange nicht gemacht. Das war echt wild. Ich bin zu wild sogar. Boah, der habe ich fast mit einem vorderen Ausgerutscht. Ich würde sagen, ich habe mir mal ganz kurz einen Energy oder so. Und dann senden wir weiter, Leute. So, Leute, ich habe mir jetzt was zu trinken gekauft und was kleines zu snacken, Leute. Aber es ist einfach jetzt schon dunkel ein bisschen. Vielleicht, wie ihr seht. Und ihr wisst ihr, was ich nicht lange nicht mehr gemacht habe? Ein Wheelie Crankflip. Können wir mal versuchen. Ich fahr da mal zur Grundschule und versuche da mal, euch da irgendwie hin zu platzieren, dass ihr das sehen könnt von außen. Weil der Helmkamera ist ja schlecht, weil ihr seht ja nicht, ob ich einen Crankflip mache oder nicht. Äh, ja. Okay, Leute, angekommen. Versuche, die irgendwie hinzulegen. Boah, die liegt aber auch ganz gut. Ganz schön viel Schnee. Leute, wir wohnen jetzt einfach da mal in den Schnee rein. Ich weiß nicht, was passiert. Okay. Hält's? Ta-da-da! Okay. So, Leute. Ich versuche jetzt hier mal einen Crankflip. Äh, ich hab das noch nie ausprobiert. Ich würde sagen, machen wir als letzter Versuch. Let's go! Na, let's go! Das Ding ist, Leute, ich hab ja jetzt grad das ganze Zeit nochmal rausprobiert, aber Leute, die Kette ist so rustig, ich kann euch die mal zeigen. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob sie im Dunkeln sieht, die ist auf jeden Fall ein bisschen eingerostet, davon funktioniert das nicht. So, jemand hat mich grad noch auf der Instagram-Story gefragt, wann kommen wieder Hometrail-Videos. Im Moment ist halt grad schlecht wegen dem Schnee, aber ich glaube, solange geht's auf jeden Fall wieder mit dem Hometrail los. Wir wollen auf jeden Fall noch viele andere Strecken ausprobieren, noch viel mehr bauen und so. Auf jeden Fall seid gespannt im Sommer, weil wir haben noch ein paar Kicker wollen wir noch bauen und halt machen. Deswegen abonniert schon mal diesen Kanal und like dieses Video. Ich würde mich, glaube ich, damit auch verabschieden. Ich ziehe jetzt noch ein paar Wheelay zurück, noch ein paar Shots und ich würde mich verabschieden. Das like, abonniere diesen Kanal und let's go mit den Wheelays, tschu! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Das ist der Schach, ne? Alter, ich habe halt echt so Angst auf Mord und... Oh mein Gott, let's go! Let's go, haben wir sie vor. Alter, let's go, Alter. Let's go, Alter. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Okay, Alter. eat w Ooh Untertitelung des ZDF für funk, 2017